Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Nightingale. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es regnet wieder einmal und wir werden natürlich direkt zum... Oh, das war der falsche... Wir werden natürlich direkt zum Einstieg... Zum Angriff einmal eingestiegen. Zum Einstieg einmal angegriffen. Das ist aber letztendlich kein Problem. Wir kennen uns ja mittlerweile aus hier. Mit dem Schlachten von Tierchen E gedrückt halten haben wir herausgefunden. Sammelt alles ein, was in der Umgebung liegt. Sehr, sehr praktisch. So, wir öffnen heute unser erstes eigenes, besonderes, ich werde nass, Portal. Sprich, nicht mehr die kleinen Vorgegebenen, sondern wir werden jetzt in eine Schwebewelt hineingehen. Allerdings werden wir jetzt wohl auch, wenn ich ihn richtig verstanden habe, den Puck, werden wir jetzt auch erstmal angegriffen. Das müssen wir uns jetzt erstmal angucken. Also, Weltenkartenmaschine öffnen. Wir sind wieder im Sumpf, dafür hatten wir uns ja entschieden. Und hier haben wir jetzt die Schwebekarte. Was steht dazu geschrieben? Spielen Sie diese Karte, um eine Welt mit geringer Gefahrenlage zu suchen, die sich für den Bau eines Anwesens eignet. Also, das ist jetzt unsere Hauptwelt, in die wir reisen werden, wo wir dann unsere Base bauen können. Nicht einmal den ältesten Magikern Nightingales gelang es, den Ursprung dieser Karte zu ergründen. Das auf dem Papier abgedruckte Bild ruft ein Gefühl tiefster Einsamkeit hervor. Das hier? Das Blut irritiert mich ein bisschen, aber das Bild finde ich jetzt... Anwesende Fraktionen, die Company. NPCs und Kreaturen. Wilhelm Mina Sasse ist da. Keine Apex-Kreaturen, aber jede Menge potenzielle Kreaturen. Na gut, wir öffnen uns einfach mal das Portal. Mal gucken, wohin es geht. So, jetzt müssen wir uns hier, glaube ich zumindest, verteidigen. Komm, die... Ach du Scheiße. Okay, 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 okay. Okay, ihr seid sehr langsam. Der ist auch hin. Ehe gedrückt halten, okay, hat eine ziemlich große Reichweite sogar, geil. Okay, jetzt müssen wir erstmal die Wellen, müssen wir erstmal besiegen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Test, ob man wirklich in diese Welten hinein möchte. Oha. Freunde. Ne? Da weiß man dann schon mal, wie stark die Gegner in etwa sind in der Welt, die man da erschafft. Aber das geht ganz gut, klar. Ich stelle mich jetzt nicht allzu gut an, aber ich glaube, das passt schon. Das sieht schon mal ganz gut aus. Kommt jetzt hier noch ein richtig dicker raus oder was passiert hier gerade? Boah, das sieht halt echt geil aus, ne? Ne, wir dürfen da jetzt durch. Schon fertig. Dann flitzen wir doch mal. Realm Walker. Dein Weg nach vorne ist wunderschön und voll von Terrorern. Er salvar dich. Erlöse die Welten. Und erlöse alles, was verloren hat. Und damit beginnt Nightingale. Nach nur mehreren Stunden des Spielens. Mit zunehmender Weltenmacht erhalten sie Essenzen höherer Klassen. Aha. Wir warten auf den Server. An dieser Stelle gerade übrigens gibt es auch einen bekannten Bug, dass es einfach nicht weitergeht. Dass eben man nicht in die neue Welt hineintreten kann. Den haben wir jetzt hier scheinbar zumindest glücklicherweise nicht. Ich hoffe es. Noch wird die Welt vorbereitet. Alles ist bereit. Sieht gut aus. Sehr schön. So. Wir sind jetzt wieder im Sumpf. Wir hatten uns ja dafür entschieden, wieder im Sumpf zu sitzen und uns hier unsere erste Base-Wow aufzubauen. Ich bin gespannt, ob das eine gute Entscheidung war. So, Puck, erzähl mal. Hier dürfen wir Wurzeln schlagen. Hier werden wir Wurzeln schlagen. Okay, während wir hier rumbasteln. Tschüss. Während wir hier rumbasteln, guckt er sie auch ein bisschen um und besorgt uns das Wissen, das wir benötigen. Na gut. Also. Wir sollen jetzt einen Steinhaufen bauen. Ich glaube, das ist unser sowas wie ein Respawn-Punkt. Wenn ich ihn da jetzt richtig verstanden habe. Looten kann man hier eigentlich einfach... Was ist das hier? Was ist so hier so? Lecker, schmecker, Blattsalat. Wasserspinat. Verbrauchen. Gibt es einen kleinen Buff? Bin ich mit einverstanden. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Fleisch. Sehe ich gerade. Oh, was ist das denn? Ach hier, Essenzstaub. Den kann man auch so direkt finden. Hm. Komm, wir hauen uns mal noch so einen rein. Krankheit? Oh, lauf mal. Hä? Wieso bin ich plötzlich so langsam? Wieso bin ich plötzlich so langsam? Wieso bin ich denn plötzlich so langsam? Was ist denn das für eine Krankheit und woher habe ich die bekommen? Hallo, Jungs. Flusspferde? Sieht mir nach Flusspferden aus. Okay. Sie verhalten sich tatsächlich auch wie Flusspferde. Habe ich irgendwas... ...gegessen? Den Blattspinat habe ich theoretisch gegessen, ne? Nicht nur in der Theorie, den habe ich praktisch sogar gegessen. Und deswegen... Alter, guck mal da hinten, das Boot. Wie geil. Wie geil. Oder ist unser Fleisch schlecht? Ne, oder? Wolltet ich die Klasse 1? Ne. Salat? Hier steht jetzt auch nichts von... ...testen. Ne, es muss irgendwie mit dem Wasser zu tun haben. Man weiß es nicht. So, jetzt müssen wir uns natürlich am besten mal überlegen, wo wir denn uns am schlauesten niederlassen. Ich denke, es wäre ganz sinnvoll, mehr oder weniger im Zentrum, oder? Ei, guck mal, wir sind hier ganz außen. Hier ist überall Sumpf. Das ist natürlich so eine Sache. Hier haben wir eine Markierung, da ist das Portal. Hier haben wir auch eine Markierung. Wilhelmina Sasse ist hier, um weltenweite Effekte auszulösen, heißt, wir können diese Welt, in der wir uns gerade befinden, auch nochmal verändern. Mein Rückzugsort. Hier ist mein Rückzugsort. Das ist der Weg, den ich zuletzt gegangen bin. Das ist auch praktisch, dass einem das angezeigt wird. Das ist aktuell mein Rückzugsort. Wir können uns aber wahrscheinlich... Ich würde sagen, wir gehen mal hier irgendwo hin, in diese Richtung. Wir werden uns mal... Können wir uns eine Markierung setzen? Können wir. Wir setzen uns mal eine Markierung und latschen einfach mal hin. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Denn so wie ich das verstanden habe, ist es wohl so, dass wenn man sich hier in seiner Hauptwelt die Base aufbaut, dass das wohl auch meistens die Hauptbase bleiben wird. Man kann sich auch in allen anderen Welten etwas bauen, aber aus welchen Gründen auch immer, wird man höchstwahrscheinlich immer mal wieder... Oder hauptsächlich sich hier aufhalten. Schauen wir einfach mal. Oh, wir sind wieder zu voll. Gar kein Problem. Vernichten wir einfach mal jede Menge hiervon. Essenz können wir nicht genug haben. Essenzstaub. Boah, das ist ja... Also... Sowas finde ich ja cool, ne? So ein bisschen abgefahrene Sachen, wo man so denkt, hä, was ist das jetzt? Was passiert hier jetzt? Ich hoffe, dass die da auch so noch so richtig ausrasten. Dass das halt irgendwann dann so ist, dass man komplett kaputte Durcheinanderwelten erschafft. Hast du wieder ein Schwein? Nein, es ist ein Pferd. Ein Flusspferd. Ich glaube, wir müssen mal kurz hier... Extrahieren. Ähm... Jo. Okay. Da ist noch... Ah ne, jetzt sind die Jungs von vorhin. Die sind auch immer zu schwer. Was macht der da? Läuft da ein durchsichtiger Hirsch? Elch? Oder was auch immer? Wir müssen noch irgendwas zerstören hier. Der groovt hier auf jeden Fall. Und er klingt nicht glücklich. Er klingt definitiv nicht glücklich. Aber er sitzt... Ja, natürlich. Habe ich mir wieder die richtigen Orte ausgesucht, ne? Okay. Ich glaube, beim Blocken muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Ausdauer. Es sieht mir so aus, als würden wir ununterbrochen Ausdauer verbrauchen, wenn wir ununterbrochen... Was bist du denn? Was hast du denn da auf dem Kopf? Ich bin mit Ausdauer. Ja, okay. Wir verbrauchen definitiv Ausdauer beim Blocken. Okay, der ist hin. Das ist ja sehr interessant, ne? Dass ich mir genau... Oh. Genau wieder einen Ort aussuche, wo es so richtig abgeht. Also, wir haben hier einmal ein Holzbündel, welches wir auch einfach mal extrahieren können. Gewichtpass. Haben wir jetzt hier alle besiegt, die wir besiegen müssen? Sammeln. Wir werden erstmal hier... Oh, guck mal hier, so ein bisschen aus wie Wasserbüffel. Sindwasserbüffel. Also, sehen wirklich aus exakt wie Wasserbüffel, bis auf die Zeichnung auf dem Rücken. Hoffnungsecho freisetzen. Fellwandleuchter, neue Entdeckung. Puzzlechor. Gunst des Aufsteigens freisetzen. Spielanleitung gefallen. Und wo finde ich jetzt das alles, was ich da gerade gelesen... Was ich da gerade gefunden habe? Spielanleitung gefallen. Ich habe keine Ahnung, wo die Sachen hin. Das habe ich auch noch nicht herausgefunden, ob man diese Erinnerungen und so, ob man die irgendwo nochmal nachlesen kann. Verschiedenes. Hier passiert gar nichts, wenn ich da drauf klicke. Müsste mir nicht eigentlich jetzt ein Text angezeigt werden? Ah, guck mal. Äh, okay. Okay, das... Die Maus muss zwischen den... Aha, okay. Das funktioniert. Und das ist immer der gleiche Text. Moment, wenn ich den anklicke... Das ist... Buggy. Es wird immer nur der Schleier zwischen uns angezeigt. Nur der Schleier... Oder wir haben den Rest einfach noch nicht gefunden. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, dass wir nur diese... erst gefunden haben. Portale, Navigation, Nass, Trocken, Magik, Hoffnung und so weiter und so fort. Hm. Hm. Oder bin ich einfach wieder zu blöd? Codex? Nee, nur das hier wird uns angezeigt. Nur das hier wird uns angezeigt. Ja, das haben wir auch schon gelesen, aber wo jetzt... Ich meine, das hier war doch auch so eine Erinnerung, oder nicht? Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Das müssen wir nochmal rausfinden. Okay, kommen wir nicht weiter nach oben. Da hinten ist aber noch so ein anderes Teil. Hier drinnen gibt es auch soweit nichts. Gehen wir mal hier vorne hin. Tag, Jungs. Ich hoffe, ihr seid entspannt. Sieht ganz gut aus. Oh, okay. Da haben wir das Thema. So, dann kommt mal her, Freunde. Du hast ein paar... Hör noch auf den Kopf. Ausdauer. Das Kampfsystem, also das Nahkampf-Kampfsystem ist zumindest jetzt mit diesen Waffen wirklich noch sehr einfach gehalten. Man läuft ein bisschen links-rechts. Schlägt den Jungs möglichst ins Gesicht und das war's. So, warte mal. Was steht denn hier? Es steht Hoffnungsecho freisetzen. Einfacher Hammer. Neue Entdeckung. Okay, das sind tatsächlich einfach nur Anleitungen, wie es aussieht. Puzzle-Core haben wir jetzt gesammelt. Da unten ist eine Truhe, wie es aussieht. Ich möchte da jetzt nicht reinspringen. Nicht, dass wir nicht wieder rauskommen. Aber hier. Easy. Menü öffnen. Wir haben eine Gewichtskarte. Spielen Sie diese Karte, um den Schaden, den Sie verursachen, und Ihre Erntesammel-Effizienz zu erhöhen. Gleichzeitig werden Sie schwerer und schränken Ihre Ausdauereffizienz ein. Diese Karte scheint in jedem Deck schwer zu wiegen und wird unweigerlich herausfallen. Ihre Macht ist unbestreitbar, wenn auch bedrückend. Leichter Heiltrank. Diese dichte Flüssigkeit hinterlässt Ihre Spuren an der Flascheninnenseite, genau wie ein erlesener Wein. Wärmt den Hals und heilt den Körper. Erst werden Blutergüsse versorgt, anschließend die Haut mit Nähten verschlossen. Geil. Leichter Trank der Rast. Im ersten Moment schmeckt dieses Elixier unverschämt sauer und sorgt für unmittelbare Schmerzen im gesamten Körper. Nachdem die initiale Wirkung abgeklungen ist, bleibt nichts als schier grenzenloses Durchhaltevermögen zurück. Das Ganze mal zwei. Vielen Dank. Jetzt steht hier irgendwas von Puzzle, ne? Ich sehe jetzt... Ohne Kiste. Ups. Ist jetzt hier nicht wirklich im Puzzle. Duellantenkarte. Spielen Sie diese Karte, um den verursachten und den erlittenen Schaden zu erhöhen? Diese Karte bietet Ihnen einen gefährlichen Schachzug an. Die macht, Ihre Feinde im Tausch gegen große Verwundbarkeit zu dezimieren. Jemand, der nie getroffen wird, braucht keinen Feind zu fürchten, so die Prämisse. Infusion der Geasa. Magik. Durchtränken Sie Ausrüstung mit dieser Infusion, um erhöhte Effizienz bei der Verzauberung zu erlangen. Ah, das ist ja praktisch. Sie schimmert selbst in Abwesenheit des Lichts, verlangt nach Verbindung, Bündnis und Vertrag. Jene, die Ihr Angebot ehren, werden die vielen zugesicherten Vorteile erfahren. Kampfwerkstattkarte. Spielen Sie diese Karte, um Werkzeuge herzustellen, die mehr Schaden anrichten. Gleichzeitig wird Ihr Ertrag reduziert. Also es sind dann eher Waffen und keine Werkzeuge. Diese Karte wurde erstmals von den alten Schmieden der Ritter des Roten Kreuzes ausgespielt, um ihre Reihen besser auszustatten. Mit ihr lassen sich besonders grausame Waffen herstellen. Sprich, man würde sich dann eine Welt erschaffen, in der man dann hauptsächlich crafted. Cool. Diese dichte Flüssigkeit hinterlässt ihre Spuren an der Flascheninnenseite. Das hatten wir schon, okay. Alles klar. Jetzt sehe ich aber trotzdem... Ich sage, wie es ist, ich sehe jetzt hier noch kein Rätsel. Ehrlich gesagt. Da hinten liegt irgendwas auf dem Boden, was wir uns mitnehmen können. Hier ist es überall ganz schön sumpfig, ne? Wer hätte es gedacht? Krankheit? Ah, das ist tatsächlich... Das liegt tatsächlich am Wasser, die Krankheit. Moment mal, sind wir zu schwer? Gerade konnten wir doch noch so hoch hüpfen. Jetzt können wir das nicht mehr? Okay, und wir wiegen wieder zu viel. Wir werden mal hier... Das machen wir mal kaputt. Das machen wir auch einmal kaputt. Hier haben wir Fell, Raubtierhaut, Fabelwesen, Fell, gemeißelter Stein, Granit. Ich bekomme gerade die Vermutung ausgesprochen, dass vielleicht an der schwere Karte liegt. Aber ich hatte gedacht, dass die immer nur einen Effekt haben, wenn man sie tatsächlich ausspielt. Und nicht, wenn man sie nur eingesammelt hat. Eigentlich müssten wir... Eigentlich müssten wir jetzt noch weiterhin höher springen können, meine ich. Okay, der hat mich erwischt. Du auch, oder was? Wow, warte mal. Alles Nummer drei. Ausdauer. Okay, auch tot. Sehr schön. Ja, die müssten eigentlich ausgespielt werden. Wieso ich jetzt nicht mehr hoch springen kann, weiß ich aktuell nicht. Wir haben eigentlich genug Ausdauer. Wir sind ausreichend ausgeruht. Wir haben auch genug Futter soweit. Eigentlich passt das alles. Vorhin konnten wir noch hoch springen. Jetzt hüpfen wir wieder ganz normal durch die Gegend. Man weiß es nicht. Also, wir sind nun hier. Wir sind jetzt quasi wieder im Kreis gelaufen. Hier ist es natürlich aber auch ganz interessant. An diesem Ort. Um eventuell eine Base zu bauen. Bastil des Intellekts im Gange. Fährte Fakte geben musikalische Töne ab. Armen Sie Ihre Folge nach, um Belohnung freizuschalten. Besetzung abgeschlossen. Besiegen Sie feindliche Kreaturen, die diesen Ort besetzt halten, um Belohnung zu erhalten. Okay. Das haben wir gemacht. Hier, das ist im Gange. Warte mal. Kann ich mir das auch irgendwie direkt markieren? Nicht so wirklich, ne? Warte mal. Da werden wir mal kurz hinflitzen. Ist das hier direkt? Ja, hier vorne. Irgendwann in die Richtung. Da vorne. Finde ich cool, dass es hier auch so Rätsel hier und da gibt. Schön. Okay. Äh. Kann ich nichts machen? Mechanismus aktivieren. Okay. Äh. Das war scheinbar richtig. Ich meine, die Reihenfolge gesehen zu haben, als ich hergelaufen bin. Aber Hoffnungsecho freisetzen. Feldtischlampe. Also durch solche Rätsel bekommt man dann eben auch verschiedene Rezepte, wie es aussieht. Gunst der Macht freisetzen. Wenn wir jetzt noch hochspringen könnten, könnten wir ja da hochhüpfen, ne? Aber irgendwie, ich weiß es nicht, wieso wir jetzt nicht mehr hochhüpfen können. Wieso wir nur noch so kleine Sätze machen. So, warte mal. Wir gehen mal an diesem Rad hier nochmal eben vorbei. Da wird es doch bestimmt auch irgendwas geben. Da läuft der Hirsch, Elch wieder. Elch, Hirsch. Ich glaube, wir sind auch nicht zu schwer. 48,7 von 50. Sehr interessant. Wir essen mal eben was. Mal gucken, ob das hilft. F, nicht linke Maustaste. Weil wir sind natürlich auch aktuell nass. Vielleicht liegt es auch daran. Ich würde aber sagen, hier ist ein ganz guter Spot, um jetzt mal mit der Quest weiter zu machen. Machen wir das erstmal. Um das Springen kümmern wir uns einfach mal später. Wir sollen einen Steinhaufen bauen. Hier. Anwesen. Steinhaufen. platzieren. Kann ich den auch irgendwie... Der sitzt jetzt hier so schief und krumm. Letzen wir den mal hier. So, uns fehlen 20 Steine und Steinblöcke. Okay. Natürlich haben wir die Steine vorne erst weggeworfen, ne? Hier haben wir einen Stein. Hier haben wir noch mehr Steine. Ich sammle mal jetzt gerade nur Steine ein. Oh, nee. Hör auf. Ich bin doch gerade... Ich hab... Ich bin... Lass den! Mann! Entspann dich mal ein bisschen. Zu zweit. Die sind zu zweit. Und ich bin langsam. Okay. Ich muss auf jeden Fall ins Inventar. Scheiße. Jetzt muss ich sämtliche Steine wieder wegwerfen. Vielleicht ist es nicht so die beste... Der beste Spot für ne Base. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Mal gucken. So, Dickerchen. Komm mal her. Bleib mal hier. So. Ähm. Ihr wolltet es ja so, ne? Ich hätte euch ja jetzt nicht von mir ausgetötet, aber... Ihr wolltet es so. So, dann sammeln wir nochmal ein paar. Können wir ja noch irgendwas zerstören? Wir werden natürlich jetzt immer wieder das Problem haben, dass wir zu viel wiegen, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall mal ein paar Steinchen. Wir werden... Ähm. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier die Spitzhacke nehme? Dann bekommen wir Steinblöcke. Okay. Das passt doch schon mal. Euch nehmen wir mal später auseinander oder so. Wir können momentan, glaube ich, eh nicht viel mit euch anfangen. Und nämlich einfach schick, ey. Aber wir haben uns natürlich jetzt echt eine Ecke ausgesucht, wo es die ganze Zeit regnet. Tolle Wurst. Können wir sämtliche Steine zerstören? Nein. Oh, was haben wir denn hier? Gebratenes Fleisch. Shell-Ochse. Praktisch. Sehr praktisch. So, wo haben wir denn jetzt nochmal ein paar Steinchen hier? Können wir uns an das Wetter schon mal gewöhnen hier. Das wird nicht besser werden. Wir haben aber einen festen Schlag. Wir müssen nur einmal zuschlagen, schon ist das Ding weg. So, dann werden wir jetzt einmal die Steine da hinten platzieren. Ah, ich bekomme gerade die Erklärung. Wir haben wohl vorhin einen Buff eingesammelt, der uns hat so hoch springen lassen. Das war wohl das Problem. Jetzt habe ich es, aber ich hatte gedacht, wir hätten hier eine Welt erstellt mit geringer Schwerelosigkeit. Deswegen hatte ich gedacht, wir würden das die, die ganze Zeit können. Ein Stein eingesammelt, schon wieder zu schwer. So, brauchen wir von den Großen überhaupt noch was? Bin mir gar nicht so sicher. Immer schön eh gedrückt halten, das hilft. Das hilft ungemein. Ich finde aber auch, der Ausblick hier ist sehr gut. Mann, hier gibt es so viele Orte, ist ja krass. Hier gibt es so viel zu entdecken. Die Frage ist nur, wie abwechslungsreich wird das in den nächsten Welten, ne? Haben wir dann immer wieder die gleichen Orte, oder? Das ist echt viel, das Boot. Da bin ich sehr interessiert dran. Da freue ich mich drauf. So, wir brauchen also nur noch von den Kleinen einige. Können wir eventuell aus den... Großen? Ne, die können wir nur ablegen. Aber wir werden sie einfach mal extrahieren. Also, wir brauchen nur noch, wie viele? Zwei von den Kleinen. Ich glaube, da wird ein so ein Haufen, wird da schon reichen, oder? Flitzen wir mal schnell. Hier. Zack. Drei Stück. Drei primitive Steine. Haben wir eingesammelt. Man muss in dem Spiel auch immer mal an den Himmel gucken. Hab ich den einloggen. So. Platzieren sie einen Steine auf einem sicheren Bereich, für den Bau ihres Anwesens zu schaffen. Wenn sie in der Schwebe sterben sollen, und so weiter und so fort. Einfache Gap-Stationen. Oh, hallo? Du bist ja schon wieder da, mein Freund. Puck, erzähl mal. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Gibt es zu immer mehr Distant Spheres. Nearest, though, the Antiquarium. Formidable enough for one so green. You must first gain entry, passing through a seal forged by those Last Children of Earth who claimed reverence for our infinite Wisdom. They, more than most, knew the gravity of a Contract. Their gates bar access to those unworthy, but I see that strange, hopeful spark within you. Nurture it with its own fundament. Humanity. Be it comfort, companionship, coffer, I know not. Once within, delve ever deeper. Toward the pedestal. Upon it lies the means to craft the card you require. Hurry now, fleshling, and prepare. The infinite awaits. Okay. Ausrüstungswertung 6 von 20. Also unsere Aufgabe ist es jetzt letzten Endes die Welt zu entdecken. Ne? Zusammengefasst einfach das. Uns alles angucken, eine kleine Base bauen und so weiter und so fort. Base bauen. Da würde ich ganz gerne einmal kurz hier noch. Äh, genau. Hier haben wir jetzt nämlich die ganzen Möglichkeiten. Uns. Verschiedenes zu bauen. Das ist standardmäßig. Das kennt man auch schon aus vielen anderen. Spielen. Ar gedrückt halten und Mausrad drehen. Dann geht's hoch und runter. Drehen ist einfach drehen. Jo. Ich würde sagen, Standard. Unreal Engine 5 Bausystem. Nichts besonderes soweit. Würde ich aber trotzdem ganz gerne einmal. Ach, die kann man auch übereinander bauen. Alles klar. Oh, die sind aber hoch. Wir bauen hier einmal so eine, oder wir bauen zumindest einmal die Blueprints. Für eine kleine Hütte. Die wir uns dann hier bauen können. Hier brauchen wir jetzt jede Menge Staff. Pflanzenfasern, Holzbündel, Stöcke und so weiter und so fort. Das ist ziemlich viel. Das werden wir uns zusammensammeln. Machen wir aber mal zwischen den Folgen. Sprich, in der nächsten Folge werden wir dann hier eventuell eine kleine Hütte stehen sehen. Und dann gehen wir in der nächsten Folge auch fröhlich auf Exkursion. Und bauen uns ein paar Crafting Stations. Leute, vielen Dank für eure Zeit, eure Likes, eure Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Wir sehen uns in der nächsten Folge Nightingale. Macht's gut, bis dann. Tschüssi. Musik 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 Musik